das ist auch nicht unser problem schnell reise das ziehen wir jetzt mal eben schnell durch würde ich sagen das sind die häuptlinge die kriegen wir ganz schnell durchgezogen mit der aufmachung und wer brandmarken wir mehr oder wir steigen einfach welche von auf das muss ich natürlich gucken was ankommt wir wissen wo er sich versteckt akku sein aber ich weiß nicht versteckt der metzger ist tot es ist es ist Alter, wer jault denn die ganze Zeit da? Ich muss halt einfach nur mal durchschlagen. Die Flügel schlagen, einer von uns stirbt jetzt. Bärchen. 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 Boah, Alter, wie viele sind da jetzt vorgekleidet vor uns? Jetzt zieh ich ein von der... Nein, keine Information sammeln. Er wollte... Wo ist denn unser anderer Haupt? Bärchen. Ja. Oh, ich muss ihn einsammeln hier. Ich wollte das. Karagor, Karagor. 50 Euro für den Karagor, aua. Start mit Doppelrevolter. So schnell kriegst du mich nicht. Was ist denn das Ziel? Der Flammenträger. Ach, da ist mein Ziel. Gehen wir doch da hinten. Kuckuck. 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 Annimm. Der Lichträger. Der Lichträger klingt. Boah, boah. Wo ist er? Joah. Alle die Augen. Dieses blaue. Hi. Befehligen. Revolter. Zack. Neuer Machtkampf geschaffen. Perfekt. Für uns. Das reicht. Ja. Eine Revolte. Da wollen wir hin. Da gehen wir gleich hin. Aber wir haben noch Verbesserungen. Runen. Einmal hier. Und einmal hier. Ah. Was ist denn die Quett? Wenn dann kann ich ja noch das machen. Vielleicht kommen wir da noch ein bisschen höher. Was haben wir denn jetzt hier noch freigeschaltet? Das fehlte noch. Schattenaufsitz. Aber wir können doppelter Angriff. Auf jeden Fall 8.15. Da kommt es noch. Das lassen wir offen. Da ist der Turm. Was haben wir hier noch? Bei der Machtprobe-Parteige. Da ein Gefolgsmann. Da kommen wir gleich noch zu. Ist jetzt eher so ein Rum- und Hergeport für diese Mission. Schon eine schöne lange Mission. Aber. Ist halt immer nervig. So. Weg. Ro-Kara-Go. Ciao. Mal, da müsste er eigentlich mitkommen. Mal schaffen wir das ja. Jetzt sucht er mich aber. So. Nehmen wir ihn. Da wird jetzt einiges auftauchen. War doch nur er. Meine Jungs sind die besten in Mordor. Gib auf. Dieser Haufen Schrag von den Armen. Schrag. Sind da mehr bei? Nun gegen Pfeiler. Aber er nicht. Nein. Die Fehl liegen. Ich bin fertig. Verraten. So den leichten Überblick über alles halten, aber wenn man eigentlich den Häuptling schnell down kriegt und auf seine Seite, dann passt das eigentlich ganz super Hype. Schau, du bist ja ein ganz mutiger, wenn du denkst, dass du gegen mich bestehen kannst. Hm, frag mal deine Kollegen, die haben jetzt noch nicht viel davon gesehen. Den musste ich mir jetzt ganz jetzt mal angucken mit dir. Oh, hei. Sicher? Hi. Der wuchtige Ulkar. Grog wäre jetzt was Nettes, aber... Hi. 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 Kann ich einen nachschieben? Jawohl. Perfekt. Befehligen, befehligen. Der wäre da. Ja. Dann schicken wir die Krähe. Wer wollte. Dann wäre das schon fast eigentlich sozusagen durch, ja. Und wie wollt ist die Hauptmission? Da ist sie. Direkt simpel neben uns. Dass der ein Häuptling jetzt sterben musste, ist egal. Ähm. Bringt überall den einen nach. Verbesserung auf Ruhen. Äh, 31 Prozent. Ne, da gab's einen höheren. Ja. Klingenmeister 17. So. Machtkampf. Beziehungsweise eine Revolte. Gucken, ob da ein paar mehr zukommen. Gucken, ob da ein paar Jahre alt ist, ja. Du hast ein Gefolge in den Tod geführt. Ich werde ein Monument aus deinen Knochen erbauen. Ronk. Grobschädel. Mehr als einer, ja. Ja. Wie sieht der aus. Oh, hast Niederlagen. Ich werde dich mit Freude aufschlitzen im Namen meines Anführers. Karakor auf Gschädel. Oh. Was ist mit ihm denn da schlecht? Geh mal runter sterben. Ah, tschüss. Wer zieht, irgendeine muss nachziehen. Und zwar einer von meinen. Hör mal doch nicht, der jetzt gerade dir neben steht. Willst du mich veräppeln? Der ist da. Moment. Nein. Fahdusch. Okay. Ne, ich muss mit viel anders kommen. Wo bist du, mein Freund? Mit zweien kann ich nicht ankommen. Ich muss mit dreien schon hinkommen. Ist das er? Ne, der heißt anders, glaube ich, ne? Genau, der ist oben. Oben im Bereich, da. Das kriegen wir da hin. Das ist nicht das Problem. Ich muss den nächsten Häuptling kriegen. Weil der kommt auch mit zweien. Ich komme da mit dreien hin. Das könnte echt geil werden. Ah, Jungs. Ne, er hat keine Zeit. Das ist immer ganz geil so. Die schnelle hin und her, bam, 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 über die Schatten. Ja, den nehmen wir so. Was ist das denn? Ach, da oben. Machen wir. Mach, ran, war, mach, ran, war. Wo ist er denn? Wo ist Fetty, fett, fett? Boah, der ist so geil. Amal. Zock. 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 Hi, Zock. Befehligen. Ach, guck mal. Nehmen wir da die Revolte auf. Die muss ich klein kriegen. Der ist... Furcht vor seiner Rivalen. Zunder. Na gut. Revolte. Wo ist er? Perfekt. Perfekt. Perfekt, unser nächstes Ziel. Unser nächstes und hoffentlich letztes Ziel. Weil wenn wir den haben, haben wir von irgendwann noch zwei Gefolgsleute dazu. Da hinten war keiner, wo ich schießen konnte, das wusste ich. Ich kann ein bisschen Terz treiben. Wenn er Bock hat. Da komme ich auf jeden Fall nicht dran, aber... Tötung, Uruk, Gerangel plus 40. Immer bestimmte Erfahrungsmunkte mit dem Wegnaschen. Gelbengeschosse. Ah, die... Oh, das steckt wieder hier unten statt. Das ist echt geil. Die Location ist geil. So, jetzt kommt der mit. Genau, ich komme mit dreien. Und einen habe ich noch drüben, genau. Kannst du einfach verschwinden, weißt du? Ich habe schon zähere Gula als euch Jammerlappen gesehen. Hi. Keine so gute Idee, mal. Auf ihn. Bist du sicher? Was willst du hier beweisen? Tut auch. Hä? Wie wäre es denn damit? Wie wäre es denn damit? Ich würde mich sogar sinnen. Man cliche nur fest. Hurraue ich diese C二. Wie wäre es denn damit? wie wäre es denn? Wenn ich ganz gemeinsam irgendwo habe. Toller finden die Caunge. Ja. Da ist es, der Rest können die machen, ich habe genug Herr und Meister, er wollte zack getötet, jetzt muss einer von mir nachrücken, weil ich habe ja alle da drunter Ja, 14, der geht auf, guck der doch schon, ja So, das nehmen wir auch mit Die Köpfe durch einen Geisterstoß, keine Ahnung Das ist jetzt mal eine kleine Mähe da vorne, 4 Stück Und zwar 4 Stück, 1, 2, 3, 4 Der hat einen, der hat keinen, ist egal, perfekt passt Jetzt müssen wir natürlich mal eben auf den Längenweg nachschauen Bestellbar natürlich ein 2, ja, brauche ich nicht die Köpfe platzen, das wird eher sowas Da gibt es glaube ich auch eine Kombi zu, ne, mit Verbesserung Ja, da könnte ich noch keine von verwenden Fähigkeitspunkte, ja gut Brauche ich ja auch nicht, würde ich sagen Gut, ich mache an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal Und, ciao, ciao